Ich habe ja auf diesem Kanal schon einige Betriebssysteme vorgestellt. Die meisten von denen sind Linux-Betriebssysteme. Und ja, wenn man mal so ein paar Leute einfach nur fragt, so im Verwandten- und Bekanntenkreis, welche Betriebssysteme für den PC es denn so gibt, dann kommen häufig die drei meisten Betriebssysteme. Einmal Windows, ganz klar, Mac und Linux. Vielleicht sogar noch ein bisschen Chrome OS noch dazwischen, wenn man das noch separat mitzählen kann. Aber es sind ja nicht die einzigen Betriebssysteme. Es gibt da noch ein Betriebssystem, das so ein bisschen vernachlässigt wird in der Aufzählung. Und zwar ist das quasi die Mutter oder der Vater aller Betriebssysteme, das Unix. Und damals in den 60er, 70er Jahren ist aus dem Unix-System dann mehr oder weniger die Berkeley Software Distribution entstanden. Das ist quasi eine Universität, die Berkeley-Universität, die ein eigenes Unix dann zusammengebaut hat. Und das ist das BSD-Linux. Und das schauen wir uns heute mal genauer an. Also schnappt dir einen Tee. Los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntagszeit für Sonntags-OS. Und heute befassen wir uns mal mit einem Betriebssystem, welches kein Linux ist. Und zwar geht es um FreeBSD. So, wie eben schon angekündigt, kommt BSD, ist die Abkürzung für Berkeley Software Distribution. Und ja, wer ein bisschen interessiert ist mal an der Geschichte dieses Betriebssystems, das hat eine sehr, sehr lange, sehr, sehr tolle Geschichte, der kann sich einfach mal den Wikipedia-Artikel dazu durchlesen. Also ist es sehr, sehr spannend. So, auf distrowatch.com kommt FreeBSD auf Platz 28, was die Popularität betrifft. Allerdings darf man das nicht zu dolle überbewerten. Denn dieser Wert ist eher, wer wie oft auf diesen Link hier innerhalb von distrowatch.com klickt. Das sind diese Hits quasi. Gut, ja, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen FreeBSD und, oder überhaupt, zwischen BSD und einem Linux? Nun, von der Funktionsweise sind sie durchaus sehr ähnlich, denn sie haben ja beide den Ursprung Unix. Dazu zählt übrigens auch Mac. Der einzige Hauptunterschied ist, dass FreeBSD mit einem eigenen Kernel daherkommt. Das heißt, das System wird komplett in einem großen und ganzen Ding zusammengebaut. Also der Kernel, die komplette Kernel-Architektur und eben das gesamte System drumherum. Und das ist etwas anders als bei einem Linux-Betriebssystem, denn bei Linux gibt es den Linux Kernel, den Linus Torvalds in den 90er Jahren veröffentlicht hat, erstmalig. Und zwar ausschließlich nur den Kernel, sodass dann andere Entwickler ihr Betriebssystem um diesen Kernel entsprechend quasi drumherum bauen können. Das ist bei BSD eben nicht so. Hier ist Kernel und Betriebssystem alles ein großes Ganzes. So, hier auf freebsd.org finden wir die Projektseite. Und hier kann man dann sich informieren, hier findet man die kompletten Handbücher, hier findet man auch Support, man kann spenden und so weiter und so fort. Das gibt die Seite auch auf Deutsch, da habe ich jetzt noch gar nicht so draufgeklickt. So, jetzt ist das auch alles auf Deutsch. Und dann kann man sich das Ganze hier einfach herunterladen. So, hier im Download-Bereich finden wir FreeBSD 12.1. Und Release bedeutet im Prinzip, dass es sich hierbei um den Stable-Release quasi handelt. Und wenn ich hier etwas weiter runter scrolle, findet man hier die Version 14.0 Current. Und Current ist sowas wie eine Art Test. Ja, steht hier oben auch, es ist ein Entwickler-Snapshot. Also das sollte man unter keinen Umständen als tägliches Betriebssystem dann nutzen. So, in der englischen Version, wenn ich jetzt hier einfach nochmal rausgehe und dann hier klicke, dann komme ich auch auf FreeBSD 13.0 Release. Warum das auf der deutschen Seite nicht zu finden ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es einfach nur ein Fehler in den Verlinkungen. Veröffentlicht wurde das am 13. April 2021. So, dann einmal hier die jeweilige Architektur auswählen. Ich habe AMD 64. Dann kommen wir hier in so einen Verzeichnisbaum. Und dann finden wir hier verschiedene ISOs. Einmal Boot-Only, Disk 1, DVD 1. So, und noch für einen USB-Stick, beziehungsweise Mini-MEM-Stick für, wahrscheinlich für eine SD-Karte oder ähnliches. So, ja, Boot-Only. Damit kann man lediglich das erste System dann starten und die Installation erfolgt dann quasi online. Also es werden dann alle Pakete aus dem Netz heruntergeladen. Bei Disk 1 befinden sich dann die Basis, das gesamte Basis-System auf der ISO drauf. Deswegen ist sie hier auch ein kleines bisschen größer. Hier sind wir ungefähr bei 350 MB, beziehungsweise 360. Hier die ISO 1 ist ungefähr 971. Und hier befinden sich dann die Basis-Sachen, das Basis-System auf der CD quasi drauf. Und der Rest, den man noch so haben möchte, muss man dann nachinstallieren. Und dann gibt es noch die DVD. Die ist dann ja fast 5 GB groß. Also 4,8 GB. Und da ist dann schon eine ganze Menge drauf. Das ist aber dann eher zu empfehlen, wenn man jetzt keine Internetverbindung hat, aber man dann doch ein funktionierendes System zusammenbauen möchte. Gut, dann, ja, ich habe mir jetzt hier die Boot-Only mal heruntergeladen und auch eingelegt. Und dann schauen wir mal, so sieht das Ganze aus. Ich nutze heute VirtualBox, nicht wie sonst üblich den Word-Manager mit KVM. Da ich die grafische Benutzer-Oberfläche, die ich jetzt hier gleich installieren werde, auf KVM, also auf Word-Manager, einfach nicht installiert gekriegt habe. Da gibt es wohl irgendwie einen Bug, irgendeinen Treiber, den es nicht mehr gibt. Ja, aber über VirtualBox funktioniert das ganz gut. So, wenn wir die DVD, beziehungsweise die ISO quasi starten, dann kommt man hier in dieses Boot-Menü. Ja, und ja, das, was man dann möchte, ist Boot-Multi-User. Das ist dann quasi das Normale. Ja, die Installation selber läuft dann ja so halb grafisch, sage ich mal. Es ist eine Konsolen-Installation, allerdings so, wie man das jetzt hier sieht, quasi so mit einer, ja, so ein bisschen grafisch gehalten. Und ja, die Installation selber ist vollständig auf Englisch. Das Handbuch, das Manual, das Online-Handbuch ist auf Deutsch auch verfügbar. Das ist überhaupt kein Problem. Allerdings ein bisschen Englisch sollte man auf jeden Fall können, wenn man sich das Ganze mal installieren möchte. So, wir gehen auf Install. So, hier kann ich mir dann jetzt die Tastatur aussuchen. Die Standard-Einstellung ist ja die amerikanische Tastatur. Wir wollen aber auf Deutsch. Deswegen einmal hier auf Deutsch. Einmal auswählen. Jetzt kann ich das Ganze hier auch nochmal testen. Ja, der springt dann so komisch rein. So, jetzt ist hier das Sternchen auch drin. Und ja, kann dann jetzt einfach continue with Keymaps. So, please choose a hostname. Genau, also bei FreeBSD muss man einen Hostname angeben. Ursprünglich, oder was heißt ursprünglich? BSD selber wird hauptsächlich mittlerweile für Server verwendet. Und da ist es ganz essentiell, dass in der Netzwerkkonfiguration ein Hostname dann besteht. Und das ist hier auch wirklich erforderlich, damit hier nichts kaputt geht. Und zwar braucht es hier auch eine spezielle Namenskonvention. Also ich kann jetzt hier nicht einfach nur ein Wort hinschreiben, sondern es muss tatsächlich so ein bisschen wie eine Internetadresse auch aussehen. Und ja, das können wir einfach mal machen mit BSD. Nennen wir das jetzt einfach mal Punkt Typ. Nennen wir das jetzt einfach mal Typbox.de. Ja, die muss auch nicht existieren. Das kann einfach irgendwas sein. Aber so diese Konvention muss es haben. Das muss man schon beachten. So, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, noch optionale Systemkomponenten hinzuzufügen. Da gibt es zum Beispiel hier oben die Base-Debugging-Tools vom Basis-System. Brauchen wir nicht. Die Kerne-Debugging und lib32 hat er schon standardgemäß angehakt. Deswegen lassen wir sie da auch drin. Die Ports möchte ich auf jeden Fall haben. Die möchte ich dir nämlich nachher noch zeigen. Und den System-Source-Tree auch, falls wir mal was installieren möchten. Die Test-Suite braucht man nicht. Das soll erst mal soweit reichen. Jetzt kommen wir zur Netzwerk-Installation. So, wir haben jetzt hier unsere Netzwerk-Karte. Die hat er jetzt gut erkannt. Ich sage, okay, die möchte ich haben. Und möchtest du IPv4 konfigurieren für dieses Interface? Ja, selbstverständlich. Mit DHCP auch. Ja. So, das braucht jetzt einen kleinen Augenblick. Und jetzt fragt er mich, ob ich IPv6 ebenfalls installieren oder konfigurieren möchte. Das lehne ich jetzt einfach mal ab. Damit ist die Netzwerk-Konfiguration auch soweit fertig. Der hat auch meine Fritzbox erkannt. Sehr gut. So, und dann einmal einfach Enter drücken. Und jetzt kommen wir zur Mirror-Selection. Denn er möchte ja jetzt das Basissystem irgendwo herunterladen. Und ja, da kann ich jetzt im Prinzip aussuchen, in welchem Land ich mich befinde am besten. So, mal gucken. Australien, Brasilien, Frankreich. So, Germany. Und ich würde sagen, wir nehmen den Standard-Server hier FTP.de Germany FreeBSD. Jawohl. Gut, dann kommen wir jetzt zur Partitionierung. Das Schöne ist bei FreeBSD oder überhaupt bei BSD, dass die Partitionierung wirklich vollautomatisch ist. Und das Standard-Dateisystem ist ZFS. Okay. So, hier haben wir nochmal eine Zusammenfassung. Der zeigt mir jetzt hier an, was wir hier haben. Ich sage Proceed, also weiter. So, ja, hier haben wir das No Redundancy. Das kann ich jetzt hier doch nochmal auswählen, ob ich denn hier ein RAID-System oder ein Mirror-System haben möchte. Das ist, wie gesagt, besonders interessant, wenn ich FreeBSD als Server aufsetze oder in ein Server-Rack mit mehreren Festplatten und so weiter das Ganze nachher aufsetzen möchte. So, wir sagen aber Nein. Wählen mit der Leertaste die Festplatte aus. Die AD A0, das ist die Festplatte. Einmal auf OK. Und hier warnt er mich auch nochmal. Bist du sicher, dass du jetzt das Ganze durchführen möchtest? Ja, Destroy wird hier auch nochmal in Rot gemacht. Also alle Daten, die da jetzt auf der Disk drauf sind, werden gelöscht. Und das ist eine neue Disk, da ist nichts drauf. Also alles gut. So, und jetzt geht im Prinzip die Basisinstallation los. Erst werden diese Daten oder diese Pakete, die wir jetzt hier sehen, die TXZ-Pakete, werden jetzt erstmal alle runtergeladen und danach werden sie entpackt. Und das kann jetzt vielleicht so zwei, drei Minuten dauern. So, jetzt werde ich gebeten, für den Benutzer root ein Passwort zu vergeben. Und das muss dann wiederholt werden. Und jetzt kommen wir schon zur Zeitzone. Europa und in Germany, hier Deutschland und in Germany Most Area. So, die Abkürzung CET, sieht die gut aus. Also Central European Time, ich sage jawohl. So, das ist das Datum. Das setzen wir auch. Und hier kommen wir jetzt noch zu speziellen Services, die ich zusätzlich aktivieren kann. SSHD ist immer gut, falls man dann mal von außerhalb des Rechts, also falls man mal von außerhalb drauf zugreifen möchte, kann man das automatisch über SSH machen. Ja, Mauspointer auf Konsole braucht man eigentlich. Obwohl, das kann ich ja machen, dann kann ich gegebenenfalls mit der Maus was zeigen. NTP Date und NTPD synchronisiert immer die Zeit mit dem NTP Server. Und zwar immer bei Neustart. Kann man auf jeden Fall machen. So hat man immer die aktuelle Zeit. Ich mache es jetzt nicht, weil das verkürzt dann ein bisschen die Gutzeit. Und das andere, Power D und so weiter, das brauche ich jetzt nicht. Einfach mit Enter auf OK. Und hier habe ich jetzt noch Möglichkeiten des sogenannten System Hardening. Also hier kann ich dann Sicherheitsfeatures nochmal zusätzlich aktivieren. Zum Beispiel hier werden Prozesse einfach ausgeblendet bei Nutzern, die den Prozessen eben nicht gehören. Ja, das kann man auf jeden Fall so machen. Das ist, glaube ich, besonders gut, falls du FreeBSD als Cloud-System zum Beispiel nutzt, also nachher nutzen möchtest, wo dann mehrere Nutzer auf eine Cloud zugreifen, auf diesen Server. Oder auch FreeBSD beziehungsweise BSD-System wird auch häufig als Router-Software verwendet. Ja, wie zum Beispiel OpenSense. Das ist ja auch eine Firewall- und Router-Software. Diese basiert komplett auf BSD. Und da sind solche Sicherheitsrichtlinien auf jeden Fall extrem wichtig, um da wirklich alles zu ernten und zu sichern. Ja, wir brauchen das jetzt hier aber für den Test nicht. Das wäre jetzt alles viel zu viel des Guten. Und hier werde ich jetzt gefragt, ob ich denn einen Benutzer-Account hinzufügen möchte. Und ja, bitte, sehr gerne. Und zwar der Benutzer-Typ. Und jetzt der volle Name. Ja, das ist dann... Aber wir können ja mal den richtig vollen Namen nehmen. Eigentlich völlig egal. So, ne, so ein Typ im Internet. So, die UIID soll automatisch zugewiesen werden. Das wird dann die 1001 sein. Die Gruppe Typ ist richtig. Die nehme ich so. Also in diesen eckigen Klammern steht dann immer der Standardwert drin, den er dann übernimmt, wenn ich selber nichts eintrage. Da sagt er jetzt, meine Logging-Gruppe wird Typ sein. Das ist auch in Ordnung. Und ja, Logging-Gruppe ist nun Typ. Soll der Benutzer-Typ denn noch in andere Gruppen eingetragen werden? Und ja, auf jeden Fall einmal in die Real-Gruppe. Damit wir nachher Root-Rechte auch bekommen. Wobei das nicht automatisch passiert. Aber dass wir sie dann entsprechend konfigurieren können. Das ist ganz wichtig. Dann einmal ganz wichtig auch, weil wird immer mal wieder vergessen bei einigen BSD-Nutzern, die Videogruppe. Die ist wichtig, damit mir nachher überhaupt, wenn wir XFCE installieren, dass mir da überhaupt was angezeigt wird. Und zum Schluss noch Operator. Da, falls ich ja Hardware-Komponenten konfigurieren möchte. Zum Beispiel das Einhängen von Festplatten oder das Zugreifen auf Hardware-Komponenten. Dafür ist die Gruppe Operator notwendig. Ansonsten habe ich da leider keinen Zugriff. So. Die Logging-Klasse Default kann so bleiben. Die Shell, die Standard-Shell ist die SH-Shell. Also Bash oder ZSH beziehungsweise Fish-Shell ist alles nicht drauf. Das müsste man nachinstallieren. Also lasse ich bei der Standard-Shell SH. Home-Directory, das Heimverzeichnis ist home, also slash home slash typ. Das ist auch völlig in Ordnung. So will ich das haben. Hier werde ich jetzt gefragt, ob ich noch zusätzliche Zugriffsrechte verteilen möchte an mein Heimverzeichnis und ich sage Nein. So. Möchtest du ein Passwort verwenden? Ja. Soll das Passwort leer sein? Nein. Soll das irgendein Random-Passwort sein? Nein. Und dann können wir jetzt für den Benutzertyp ein schweres, kompliziertes Passwort eintragen. Und möchtest du ausgeloggt werden nach der Erstellung? Nein, das möchte ich nicht. So. Hier haben wir jetzt nochmal eine Zusammenfassung. Ja. Da ist die UID. Das ist dann die 1001. Das ist quasi der erste Benutzer nach Root. Root hat die Benutzer-ID 1000. So. Ich sage jetzt hier einfach Yes. Und dann sage ich, möchtest du noch einen anderen Benutzer hinzufügen? Nein, das möchten wir nicht. Und dann sind wir auch schon fertig. Das ist jetzt quasi hier nochmal die Schlussübersicht. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit nochmal nachträglich Konfigurationen nochmal durchzuführen, falls ich mich irgendwo vermacht habe. Aber wir haben alles richtig. Ich sage Exit. Und sage Nein, denn ich will jetzt nicht in eine Shell-Prompt starten, sondern ich möchte, dass das Gerät jetzt erstmal neu gestartet wird. Jetzt einmal Reboot und los geht's. So. Auch hier sind wir wieder bei dem Standard-Boot-Bildschirm, bei dem Boot-Screen, der immer sehr schön aussieht, finde ich. Und auch hier wieder einfach die 1 für Boot-Multi-User. Nur kurz zur Erklärung. Der Nummer 2 Boot-Single-User ist dann, wenn du eine Systemrettung durchführen möchtest und dann kannst du noch ein paar Kerne-Einstellungen machen oder Boot-Optionen festlegen. So. Wir bleiben aber bei der 1 und starten jetzt direkt in unsere Installation. Und hier fällt auch gleich auf, wir haben also keine grafische Oberfläche, wir haben noch kein Grafiksystem installiert, sondern wir sind wirklich rein basisch nur auf dieser Textkonsole. Das war eine reine Textinstallation. Und das ist auch die Standard-BSD-Installation. So. Hier werde ich jetzt gebeten, mich einzuloggen. Das machen wir auch. Ah ja. Die Tastatur hat er schon gut erkannt. Sehr gut. Einmal eingeloggt. Und dann bekommen wir hier ein paar News angezeigt, ein paar Hinweise, was wir machen können und was nicht, wie wir was finden und wie nicht. Und das räume ich jetzt aber erstmal auf, weil das ist ein bisschen viel zu viel Text. So. Jetzt haben wir hier schön aufgeräumt. Und das Erste, was wir jetzt erstmal machen, wir gehen auf den Root-User. Das machen wir mit su-bindestrich. Dann das Passwort. Und jetzt bin ich Root. Denn ich kann mit dem Benutzer-Typ momentan noch nicht viel machen im System, da ich auch noch keine, ja, Root-Rechte habe als Benutzer. Und bevor wir jetzt richtig loslegen, schauen wir erstmal nochmal nach, ob unser System wirklich up-to-date ist. Und das machen wir mit folgendem Befehl. Ja. Und dann erstmal Fetch. Der soll sich die Updates jetzt erstmal ziehen. So, jetzt hat er die Updates und jetzt hat er die quasi jetzt alle. Die kann ich mir jetzt hier auch angucken, was er so alles runtergeladen hat. Kann ich jetzt hier durch die Listen durchgehen. Und jetzt hat er sie erstmal noch geladen. Und jetzt muss ich quasi noch sagen, jawohl, bitte einmal installieren. So, hier sehen wir auch als letzte Warnung, die Version 13.0 geht jetzt demnächst end of life. Und zwar im März, wenn ich das hier richtig sehe. Und somit ist es sehr zu empfehlen, das System zu upgraden. Also es handelt sich bei der Version 13 tatsächlich nur um, sag ich mal, so ein kleines Release. Ja. Das heißt, das aktuellste Release, was man sich eigentlich installieren sollte, wäre die Version 12.3. Ja. Beziehungsweise die Version 14 ist ja auch schon im Current-Status, im Test-Status. Ich nehme mal an, die wird dann direkt im Anschluss veröffentlicht werden. Aber wir bleiben jetzt hier bei der 13. Es wird sich wahrscheinlich nicht zu viel ändern. So, jetzt haben wir das Ganze gefetscht. Jetzt müssen wir es noch installieren. Ist im Prinzip ganz einfach. Das geht auch recht fix. Das dauert gar nicht so lange. Und zack, schon fertig. Wirklich nur ein paar Sekunden. Gut, damit ist das System up to date. Ich räume den Bildschirm mal auf, dass wir hier wieder schön freie Sicht haben. Und jetzt können wir im Prinzip anfangen, ein, ja, im Prinzip das Betriebssystem weiter zu bearbeiten und eine grafische Oberfläche zu installieren. Und ich habe es ja vorhin schon kurz angeschnitten. Ich installiere hier heute XFCE. Das ist ein schöner, kleiner, ja, eine schöne kleine grafische Oberfläche, die unglaublich toll auch zu konfigurieren geht, womit wir viel tolle Sachen machen können. So, die Installation erfolgt quasi mit PKG. Das ist der Paketmanager, PKG einfach. Ja, und dann einfach install. So wie bei den Linux-Betriebssystemen auch. Das kennt man ja, ne, mit apt install und so weiter. Und, ja, so ist das hier im Prinzip auch. PKG install. Und jetzt einfach hintereinander alles das, was wir installieren möchten. Zuallererst möchte ich ein Tool installieren, das sich do-as nennt. Das ist eine Alternative zu sudo. sudo ist ja im Prinzip ein, ja, ziemlich großes Programm für die rechte Verwaltung. Auch unter, also unter Linux ist das sehr, sehr weit verbreitet. Unter BSD natürlich auch. Allerdings ist do-as eine sehr, sehr kleine Alternative zu sudo. Es ist sehr klein, es ist sehr, sehr sicher und nicht so aufgebläht. Und es ist super, super einfach zu konfigurieren. Zeige ich ja alles gleich. Ja, und do-as ist quasi auch ursprünglich ein BSD-Programm. Gibt es übrigens auch für Linux. So, dann brauchen wir noch einen Text-Editor, dass wir noch Konfigurationsdateien auch bearbeiten können. So, dann einmal xorg. Das ist der Grafik-Server. Dann xfce installieren wir. Dann brauchen wir noch einen, ja, Login-Bildschirm. Und dann nehmen wir Slim. Und dazu die Slim-Themes. Das war da auch ein bisschen was sehen. Und dann, das brauchst du natürlich nicht installieren, oder das braucht man nicht installieren, wenn man das Ganze jetzt hier auf einem richtigen Computer installieren würde. Da ich aber hier VirtualBox benutze, benötigen wir noch die VirtualBox. VirtualBox. OSE. Additions. Denn ansonsten kann ich nachher die Auflösung nicht ändern. So, dann einmal auf Enter. Und jetzt sagt er mir, ja, das Paket-Management-Tool ist noch gar nicht installiert. Möchtest du es denn installieren? Aber selbstverständlich. Bitte. So, dann wird er jetzt das PKG, den PKG-Helper, also das PKG überhaupt erst mal installieren. So, dann hat er das auch quasi gleich fertig. Dann zieht er jetzt im Prinzip alle Informationen, die ich installieren möchte. Und fragt mich, ob ich das jetzt haben möchte. Es sind jetzt knapp 350 Pakete. Die Download-Größe sind 422 Megabyte. Das ist völlig vertretbar. Und 3 Gigabyte an Speicherplatz wird jetzt gleich bei der Installation verbraucht. Wollen wir das machen? Ja, wir wollen. Und jetzt heißt es, ja, Tee schnappen. Und, ja, jetzt heißt es abwarten und Tee trinken. So, der ist jetzt hier immer noch fleißig am Herunterladen. Man sieht, der ist jetzt schon bei Paket 104 von 349. Und, ja, man braucht eigentlich gar nicht jetzt sich so zurücklehnen, sondern wir können jetzt einfach mal weitermachen. Das Schöne ist, bei einer, ja, bei einer TTY, so nennt sich das jetzt dieses Konsolenprogramm quasi, was ja keine grafische Oberfläche hat, wir können tatsächlich bis zu, ja, 10 Konsolen gleichzeitig benutzen. Wenn ich jetzt mal Alt F2 drücke, bin ich hier in einer neuen TTY, das sieht man oben, TTY V1. Ja, wenn ich jetzt hier Alt F1 drücke, bin ich hier wieder bei meiner Installation. Ja, also Alt F2. Und dann kann ich jetzt mich hier wieder einloggen mit dem Benutzer-Typ. Und dann können wir nämlich im Prinzip schon weitermachen mit der Konfiguration und somit ein bisschen, ja, Zeit sparen auch. Können wir nämlich schon einige Sachen vorbereiten. Nämlich, es gibt nachher für den Start, damit wir das ganze System dann auch starten können, gibt es ja diverse Einstellungen, also Services, die beim Hochfahren gleich mitgeladen werden sollen. Dazu gibt es eine Einstellungsdatei, die nennt sich rc.conf. Da Wim noch nicht installiert ist, können wir die nicht bearbeiten. Wir können aber die Dienste trotzdem schon starten, indem wir diese Dienste einfach einzeln jetzt hier in die Konsole einfach eintragen mit sys.rc. Und dann, was wir eben starten wollen, debus zum Beispiel ist ganz wichtig. Enable. Das sorgt nämlich nachher dafür, dass der XORG-Server auch startet. Das wird also vom XORG-Server gebraucht. Ja, so einmal Enter. Ach so, ja, geht natürlich nicht. Permission denied, klar. Ich muss nochmal Root-User werden. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal. sys.rc.debus-enable. Ist gleich yes. So, jetzt hat er das schon mal reingeschrieben in die Konfiguration. Das gleiche machen wir noch mit HAL-D. Den HAL-Dienst brauchen wir auch noch. Enable yes. Und dann ist noch wichtig die Soundkarte. Also ich habe keine Soundkarte hier aktiviert gerade. Also ich habe, das gesamte System ist jetzt aktuell komplett tonlos. Das lag daran, dass ich VirtualBox irgendwie mit Soundkarte nicht gestartet gekriegt habe. Der hatte nochmal irgendeinen Fehler ausgespuckt. Also habe ich die Soundkarte deaktiviert und dann funktioniert es auch. Aber ansonsten, ganz normal, um den Sound zu aktivieren, gibt es zwei Dienste, die man auch noch starten muss. Das wäre einmal sys.rc. Das ist quasi dieser Dienst. Dann sound-load ist gleich yes. Damit werden dann die Soundmodule aus dem Kernel geladen. Und je nachdem brauche ich ja auch noch den Soundtreiber, der ebenfalls noch geladen werden muss. Und das macht man dann mit, da können wir kurz hier hoch machen, machen das Sound weg. Und das mache ich dann mit snd-hda-load ist gleich yes. So, das sind wir dann auch schon fertig. Das ist jetzt in die rc.conf-Datei reingeschrieben worden. So, dann als nächstes, wir können nochmal mit altf1 gucken. Ist er schon soweit? Ja, er ist schon am Entpacken. Sehr gut. Die Installation geht quasi voran. Sehr schön. Dann können wir trotzdem, wieder altf2 gedrückt, dann können wir jetzt hier trotzdem noch weitermachen. Nämlich, wir haben ja jetzt gleich do as installiert. Das ist ja diese sudo-Alternative. Und die müssen wir jetzt noch so konfigurieren, dass jeder Nutzer, der in der Gruppe real ist, eben Root-Rechte bekommt mit do as. Und das machen wir ganz einfach. Wir müssen eine Konfigurationsdatei erstellen. Da ich aber immer noch kein Wim habe, schließlich installiert sich das Ganze noch, machen wir das einfach mit Echo. Ja, da muss man ein bisschen kreativ sein, ein bisschen tricksen. So, und Echo ist Permit. Also Echo bedeutet, gib aus. Einfach nur gib aus. Wenn ich jetzt einfach nur so etwas ausgehe, ja, wir können es ja mal testen. Wheel. So, wenn ich jetzt einfach nur Echo Wheel mache, dann steht dann einfach nur, äh, Permit Wheel. So, ne, das ist jetzt im Prinzip das, was ich, was dieser Befehl macht. Er gibt es einfach nur aus der Konsole aus. So, das will ich aber nicht. Sondern ich möchte das mit diesen zwei, äh, ja, Pfeilen, sage ich mal, kann ich das Ganze jetzt, oder die Ausgabe jetzt in eine Datei umschreiben oder in eine Datei reinschreiben. Und diese Datei erstellen wir jetzt. Die nennt sich, also die liegt dann hier in dem Ordner USR, local, ist schon da, etc. Und dann do-as.conf. So soll die Datei dann heißen. Die wird bei der Installation nicht mit angelegt. Es wird eine do-as.conf.sample installiert, aber die Conf-Datei nicht. Deswegen brauche ich jetzt keine Sorgen haben, dass die gleich während der Installation von do-as irgendwie überschrieben wird. Einfach jetzt hier rein. Fertig. So, jetzt haben wir diese Datei angelegt. do-as.conf. Einfach nur Permit-Wheel. Das reicht völlig aus. Das sagt dem Programm do-as. Jeder, der in der Gruppe-Wheel, also die Gruppe wird mit Doppelpunkt voran. Das sieht man hier. Permit-Doppelpunkt. Ich kann nochmal gucken hier. So, hier ist ja dieser Doppelpunkt-Wheel. Doppelpunkt sagt also, jeder, der in der Gruppe-Wheel ist, soll im Prinzip do-as, also Sudo-Rechte haben. Man könnte jetzt auch, wenn man sagen möchte, okay, ich will jetzt hier nicht allen in der Gruppe-Wheel, sondern nur einen bestimmten Nutzer. Dann könnte ich auch sagen, Typ, ja, ohne dieses Doppelpunkt, dann wäre das der Benutzer-Typ, soll Root-Rechte haben. Gut. Brauchen wir aber nicht. So, machen wir weg. Gut, ja, dann sind wir im Prinzip jetzt soweit fertig. Jetzt können wir wirklich nur abwarten, bis die Installation fertig ist. Mit Steuerung D kann ich jetzt hier mich ausloggen. Ich hätte jetzt auch einfach Logout oder Exit schreiben können. Und hier kann ich jetzt auch nochmal den Bildschirm aufräumen und mit Steuerung D mich aus dieser TTY 1 ausloggen. Und mit Alt F1 kann ich wieder zurück in die erste TTY gehen. Und hier sehen wir auch, ist die Installation bereits abgeschlossen. Und hier erzählt er mir nochmal kurz, wo oder wie die Guest-Editions installiert sind. Und das ist auch völlig in Ordnung. So, ich räume den Bildschirm auf und logge mich hier auch als Root-User aus. Mache ich jetzt mal mit Steuerung D wieder. Jetzt bin ich wieder ganz normal der Benutzer-Typ. Und wir können jetzt mal probieren, ob Do-As funktioniert. Wie können wir das jetzt testen? Einfach mit Do-As. Ja, genau, funktioniert. Ja, erklärt er mir kurz, wie das funktioniert. So, sehr gut. Aber jetzt müssen wir ja noch dem System sagen, wenn das System neu gestartet wird, soll er automatisch in die grafische Oberfläche starten, nicht in die Konsole rein starten. Und dazu benötigt es eine Konfigurationsdatei in meinem Home-Ordner. So, und diese Konfigurationsdatei gibt es bereits. Die befindet sich, und die müssen wir in den Home-Ordner reinkopieren. Die befindet sich nicht in meinem Home-Ordner, sondern noch als Beispiel. So, das machen wir mal. Wir kopieren jetzt also die Datei User. und jetzt kommt die Datei, die nennt sich nämlich xinit-rc. und die möchte ich jetzt hierher kopieren nach .xinit-rc und Enter. Und wenn ich jetzt ls-la mache, werden hier alle Dateien in meinem Home-Ordner aufgelistet, unter anderem eben auch die xinit-rc. und wir sehen hier ganz links, wo hier rwx und so weiter steht, das x bedeutet, diese Datei ist ausführbar. Und so soll es auch sein. Und wenn ich jetzt hier einfach mit vim mal reingucke, in diese Datei, dann sehen wir, ist das haufenweise Skript, so kompliziert muss sie gar nicht sein. Also es würde sogar nur ausreichen, wenn ich das alles jetzt hier rauslösche und hier nur diese eine Zeile reintrage, nämlich exec xfce4 session. Ja, das würde völlig ausreichen. Aber hier sind natürlich schon ein paar andere Startparameter mit rein drinnen, die er schon raus sucht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das soll er auch machen. Wir können jetzt hier wieder raus. Und, ach so, nein, wir müssen noch mal rein, denn es gibt tatsächlich noch etwas, was wir noch anpassen müssen, und zwar die Sprache. Wir haben die Sprache ja jetzt hier festgelegt, nur für die Konsole, aber nicht für die grafische Oberfläche. Wenn ich gleich alles starte, neu starte, dann würde die Sprache wieder auf Englisch sein und die Tastaturbelegung auch. Und das müssen wir jetzt mal noch ändern. So, das machen wir direkt hier, am besten gleich hier oben hin, nach der Shebang-Line. Da schreiben wir jetzt folgendes hin. Einmal Export. Dann Lang. Ist gleich. Und dann unsere Sprache. Das ist de-de.utf-8. So, das muss da im Prinzip hin. So, das reicht aber nicht. Das ist erstmal nur die Sprache. Jetzt müssen wir noch die Tastatur. Jetzt werde ich das Ganze einfach mal kopieren. Die Zeile kopieren. Und dann machen wir aus Lang, machen wir LC-C Type. So. Fangen wir einfach dasselbe. Und damit ist die Tastatur ebenfalls auf Deutsch, beziehungsweise das Zeichensystem auf Deutsch. So, dann hätten wir das. Einmal Doppelpunkt und X zum Speichern und hier hinausgehen. Und ja, im Prinzip sind wir jetzt fertig. Und wir können das System jetzt nicht mit Root, sondern mit Reboot neu starten. Und jetzt sagt der Reboot ist aber nicht gestattet. Ich brauche Do-As-Rechte. Und das macht man dann einfach so. Do-As-Reboot. Dann einmal das Passwort eingeben. Und jetzt startet das System neu. So, jetzt sind wir doch wieder auf der TTY, also wieder in der Textkonsole. Der hat uns jetzt nicht auf die grafische Oberfläche umgeleitet. Und ich kann mir vorstellen, woran das liegt. Ich habe noch eine Kleinigkeit vergessen bei dem Dienste aktivieren, wo wir SysRC gemacht haben. Jetzt kann ich das als Do-As machen. So, SysRC. Da hatten wir ja hier Sound und sowas aktiviert. Aber wir müssen auch Slim noch aktivieren. Also Slim ist ja der Login-Manager quasi. Slim Enable. Gleich Yes. So. Perfekt. Dann können wir jetzt Do-As-Reboot machen. So, jetzt sind wir nämlich auch drin. Und dann loggen wir uns ein. Ja, der Login-Manager selber hat noch die englische Tastatur aktiv. Also wenn ich jetzt, also das ist jetzt hier das Y eigentlich. Ja, ist aber nicht so schlimm. So, dann loggen wir uns mal ein. Und so sind wir jetzt in einer, ja, sehr rudimentären Version von XFCE. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir hier irgendwie die Einstellungen, man sieht hier schon, es ist alles auf Deutsch. Ja. Es ist wirklich alles auf Deutsch schon eingestellt. Ich gehe mal auf Anzeige und mal schauen, ob wir hier irgendwie die Anzeige hinkriegen, weil mit der Maus haut hier das Ganze irgendwie auch so ein bisschen nicht so ganz hin. So, ich mache, das war nicht so richtig. 1080, jawohl. Übernimmt. Jetzt. Und Konfiguration. Ja. Dann können wir. Gießen. So. Yippie, wir haben Vollbild. So, jetzt haben wir es ganz Vollbild. Sehr schön. Jetzt ist dann auch der Rand weg. So, dann habe ich jetzt hier auch keine Anomalien mehr mit der Maus. So, okay. Ja, so sind, so sieht im Prinzip das, ja, rudimentäre Standard XFCE aus. Also ohne viel Schnickschnack. Und so, wenn man jetzt hier mal so reinguckt, hier gibt es tatsächlich noch nichts. Ja, es gibt keine Programme, selbst ein E-Mail-Programm gibt es nicht. Oder wenn ich hier unten auf das Internet klicke, wir haben keinen Browser installiert. Wir hätten noch Firefox oder irgendwas installieren können. Haben wir nicht. Wir haben nur lediglich einige Standard-Anwendungen von XFCE, wie zum Beispiel das XFCE 4 Terminal. Ja. Oder eben auch einen, ja, Dateimanager, den Standard-Dateimanager von XFCE, der Tuner. Ja. Sehr schöner Dateimanager, muss ich ehrlich sagen. Und, ja, dann ist zusätzlich installiert, ist noch Mauspad quasi als Texteditor. Und wir können jetzt im Prinzip ja noch Sachen auch nachinstallieren. Die Frage ist, wie installiert man jetzt, funktioniert das hier mit der Maus wieder nicht? Hier gibt es immer mal Probleme mit der Maus. So, jetzt. So, dann, wie kann man eigentlich Dinge installieren? Ich mache jetzt hier mal Vollbild und die Schrift ein bisschen größer, in der Hoffnung, dass das funktioniert. So, als allererstes müssen wir noch die Tastaturbelegung anpassen. Denn die hat er dann doch nicht mitgenommen. Das ist aber überhaupt nicht so schlimm. So, hier unten Tastatur. Belegung. Ja, hier ist nämlich Englisch drin. Dann machen wir hier einmal raus. Hinzufügen. G wie German. Ach, nein, brauchen wir gar nicht machen. D wie Deutsch. Hier haben wir es. Deutsch. Okay. Dann können wir Englisch entfernen. Und einmal fließen. Und jetzt müsste alles auf... Ja, das haut jetzt auch hin. Jetzt haben wir unsere Umlaute. Sehr gut. Und, ja, Auflösung haben wir auch. Gut. So, dann. Wie können wir jetzt eigentlich Sachen dann installieren? Jetzt kann ich hier auch ein bisschen größer machen. Und zwar hatten wir das Ganze ja mit DoS. Können wir das machen. Ja, und dann install. Und dann eben, was wir noch installieren wollen. Wie zum Beispiel installiere ich immer gerne mal noch Neo-Fetch dazu. So, gerade für den Abschluss. Und was ich mal auch zeigen möchte, ist Bash. Denn wir haben ja als Standard-Shell haben wir ja SH. Das können wir auch gleich nochmal schauen. DoS. Ja, das funktioniert natürlich so nicht. Es muss noch der Paketmanager angegeben werden. P, K, G, Install Neo-Fetch. So, jetzt werden die Repositories durchgesucht. Und dann fragt er mich, ob ich das installieren möchte. Und ich sage einfach ja. Und hier sieht man auch, der ist schon fertig. Also wirklich, es geht unglaublich schnell. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal Neo-Fetch aufrufe, dann sehen wir hier als Shell steht hier SH. Das ist dann jetzt hier quasi die Standard-Shell. Und ich kann aber auch, wenn ich jetzt Bash öffne, einfach, dann ändert sich auch mein Prompt hier vorne. Also hier hatte ich ja mit SH nur dieses Dollarzeichen. Jetzt habe ich hier auch meinen Namen und den Pfad. Jetzt kann ich jetzt hier auch zum Beispiel CD, äh, der Document wird es nicht danach. Wir können CD, Slash, äh, dann User, äh, Local. Ich mache jetzt mal nur User-Local. Und jetzt sehe ich hier den Pfad. Und das geht eben nur in der Bash. So, das Problem ist, wenn ich jetzt einmal hier das Fenster schließe und nochmal neu öffne, bin ich wieder in der normalen SH-Shell drin. Und wenn ich das nicht möchte, wenn ich die Bash-Shell als Standard-Shell haben möchte, dann kann ich das mit einem, ja, ziemlich einfachen Befehl machen. Mit CH-SH, also Change-Shell. Dann kann ich mit dem Flag S festlegen, dass ich die Shell komplett ändern möchte. Und zwar in welche. Und zwar möchte ich die Bash-Shell haben für meinen Benutzer-Typ. Einmal das Passwort eingeben. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. So, dann kann ich jetzt hier einmal schließen. Und, wenn lässt, nochmal neu öffnen. Nein, dann schließen. Dann muss ich einmal neu starten. Einmal hier auf den Namen, so ein Typ im Internet gehen. Beziehungsweise auf deinen Benutzernamen. Und dann einfach abmelden. Das reicht völlig aus. Einmal, also Neustart ist da überhaupt nicht notwendig. So, jetzt sind wir wieder am Login. Ne, ist wieder die englische Tastatur. Nicht so schlimm. Typ. Und eingeloggt. Und jetzt ist es aber schon Vollbild. Sehr schön. Und jetzt können wir mal schauen. Und, et voilà. Jetzt wird das angezeigt mit dem Fad. Haben wir jetzt die ganz normale Bash-Shell. Ja, die Maus hakt hier immer. Das scheint ein bisschen an der Virtualisierung zu liegen. Das verträgt sich alles nicht zu 100%. Aber wir kriegen das hin. So, das ist jetzt eine Möglichkeit, wie man Dinge installieren kann. Es gibt aber auch noch eine zweite Möglichkeit. Und zwar, das etwas über Ports zu installieren. Dazu öffne ich jetzt einfach mal das Dateisystem. Und dann gehen wir mal. Oh, das blendet ein bisschen. Und dann gehen wir einfach in den Ordner User. Und dann in den Ordner Ports. Hier gibt es einen Ordner Ports im USR-Ordner. So, und hier, das ist so ziemlich magisch, will ich mal sagen. Denn hier finden wir so ziemlich alles, was wir noch, was portiert ist und was wir noch nachinstallieren können. Unter anderem zum Beispiel noch sämtliche, ja, XFCE-Sachen, XFCE-Utilities, ja. Oder ich gehe hier auf die System-Utilities. Und wenn ich jetzt hier durchscrolle, dann kommt dem einen oder anderen bestimmt schon die eine oder andere Sache auch bekannt vor. So, hier ganz unten, ich habe jetzt ganz runtergescrollt. Hier kann ich jetzt zum Beispiel, gibt es einen Ordner XFCE4-Battery-Plugin und so weiter und so fort. Unter anderem zum Beispiel Keyboard-LEDs, ja. Mount, Net-Load, Places, Power-Manager, wie, ja, XFCE4-Settings und System-Loads und so weiter und so fort. All das kann ich jetzt hier quasi mal nachinstallieren. Ich möchte das jetzt aber mal in einem ziemlich einfachen Beispiel machen. Und zwar unter X11-Themes gibt es hier oben den Arc-Graphbox-Theme. Weil ich möchte natürlich jetzt auch nicht hier unendlich lange kompilieren. Hier werden nämlich Dinge kompiliert, also direkt aus den Quell-Dateien quasi kompiliert. Notieren wir jetzt hier mal diesen Pfad. Gehe jetzt hier nochmal ins Terminal rein, mache die Schrift nochmal ein bisschen größer, dass du das auch alles richtig siehst. Ein bisschen zu groß jetzt, aber so ist es okay. Okay, und wir wechseln jetzt in diesen Ordner einfach rein. Jetzt sind wir in dem Ordner drin. Und jetzt sage ich einfach, äh, do as, make, install. Mehr nicht. Ich bin in dem Ordner jetzt drin, wo diese vier Textdateien hier liegen. Ja, die make-file und so weiter und die package-description. Und jetzt lassen wir die Magie einfach mal wirken. Do as, make, install. Ich drücke Enter, Passwort rein und jetzt bleibt er einfach abzuwarten. Der ist jetzt im Prinzip fertig. Dieses Grub, äh, dieses Arc-Graphbox-Theme muss nicht lange kompiliert werden oder ähnliches. Hier sieht man auch, der hat sich im Prinzip das alles auch aus dem, äh, aus dem GitHub heruntergeladen. Ja, und normalerweise würde der jetzt ein normales Programm entsprechend auch erstmal konfigurieren, dann ein Make-File. Dann würde der das kompilieren und dann irgendwann installieren. Hier ging es natürlich jetzt recht schnell. Und, äh, das kann ich jetzt auch nachprüfen. Gehe jetzt hier einfach auf Erscheinungsbild. Und hier haben wir jetzt Arc-Graphbox und voilà. Jetzt kann ich das gesamte Erscheinungsbild in Graphbox entsprechend, ja, umändern. Ich könnte auch Greybird Dark nehmen. Das sind die, Greybird ist halt der Standard, ne? Greybird Dark ist dann die dunkle Variante. Und Arc-Graphbox wäre jetzt eine Variante. Und man sieht hier, ändern sich natürlich auch sofort die, äh, Programme ebenfalls, wenn man das dann haben möchte. So, ich bleibe jetzt aber bei Greybird Dark. So, weil das finde ich dann doch ein bisschen schöner. So, das war's im Prinzip, äh, so fürs Erste mehr möchte ich da jetzt gar nicht, äh, weiter drauf eingehen. Denn, äh, wie du gesehen hast, es ist gar nicht so viel vorinstalliert. Also es ist im Prinzip gar nichts vorinstalliert, außer das, was man selber installiert. Es ist wirklich, man fängt bei absolutem Null an und kann dann alles nach und nach drauf installieren, was man denn so braucht und möchte. Für wen ist denn, äh, BSD geeignet? Auf jeden Fall für erfahren, entweder für erfahrene Nutzer oder für Nutzer, die, äh, sich tief in die Materie eines Unix-Systems einarbeiten möchten. Äh, im Großen und Ganzen unterscheidet sich BSD gar nicht so sehr von, äh, von einem Linux-Betriebssystem. Es ist quasi, ja, strukturell genauso aufgebaut. Das ist halt ganz klar, da ein Linux-Betriebssystem eben, äh, und ein BSD beides, ja, gleiche Vorfahren haben, nämlich das Unix-System. Schreib mir doch mal in die Kommentare, ob du vielleicht BSD schon mal genutzt hast oder ob das sogar dein Daily Driver ist. Äh, würde mich sehr, sehr interessieren. Komm auch vorbei in den Matrix-Space von so einem Typ im Internet, denn hier treffen wir uns einfach, um ein bisschen Spaß zu haben und vor allem auch, um uns vielleicht gegenseitig ein bisschen zu helfen. Der erste Link in der Videobeschreibung. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.